Der Beruf des Versicherungsvermittlers ist ein Kaufmannsberuf, der eine sehr hohe Bedeutung für den volkswirtschaftlichen Wohlstand in Deutschland hat. Er ist aber auch für jeden Menschen und jede Firma wichtig, um persönliche und individuelle Vorsorge und Absicherung zu treffen. Daraus resultiert eine besondere Verantwortung. Dieser Verantwortung sind wir uns bei RMB3 schon immer bewusst und stellen die Bedürfnisse unserer Kunden konsequent in den Mittelpunkt unseres Handelns. Um dies auch in der Öffentlichkeit klar zu unterstreichen, haben wir uns der Initiative Ehrbarer Kaufmann des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e.V. angeschlossen. Eigentlich für uns nichts Neues, denn als Mitglied der Wirtschaftsunion haben wir schon seit Jahren den Tugenden des ehrbaren Kaufmanns selbst verpflichtet. Also für uns immer schon eine Selbstverständlichkeit, die uns jeden Tag in der Ausübung unseres Berufes begleitet. Mehr zu der Initiative und den Tugenden können Sie unter www.erbarerkaufmann.de lesen. Und denken Sie daran, RMB3. Immer persönlich. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017